7. Januar 2019 10.51 Uhr Jasmin Feisig kehrt nach Braunschweig zurück Nach nur sechs Monaten beim Zweitliga-Neuling 1. FC Magdeburg kehrt Torhüter Jasmin Feisig zum Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig zurück. Der 32-Jährige trug bereits von 2007 bis 2009 sowie von 2015 bis 2018 DK-Sekunden-Trikot der abstiegsbedrohten Niedersachsen. Die Profis des Tabellenletzten brechen am Montag zu einem Trainingslager ins türkische Belek auf. Ich freue mich riesig, wieder zurück in Braunschweig zu sein. Die Eintracht ist mein Verein und ich möchte für diesen Klub alles geben, damit wir als Mannschaft unser Ziel noch erreichen. Als der Anruf aus Braunschweig kam, war direkt für mich direkt klar, dass ich das machen möchte, sagte Feisig. Eintracht